Willkommen, willkommen zurück, zurück hier beim Frustspiel Crysis 3 und dem herrn Glück und er muss jetzt wieder alles freischalten. Das geht mir echt auf den Sack hier. Ja, das wissen wir doch jetzt alles. Was ist das hier? Ich nehm, was ist nachladen? Ja, komm. Energieabgrade. Ach, das kann ich wieder nicht abschalten. Das sind so upgrade. Nehmen wir das mal. Hier, komm. Das ist so ne gute Idee wäre. Wir schliessen. Und weilen uns. Ach, jetzt haben sie mich schon noch gesehen, weil meine Energie vorbei ist. Oh nein. Ach, leckt mich doch. Wir gehen einfach weiter, einfach weiter gehen. So, wir sind weg. Ach, die Scheiße. Das sind zu viele. Das sind zu viele. Ey, Mensch, ich will das nicht zwölfmal machen. Guck mal, wie sie da stehen. Wie sie warten. Ha, ich nehm gleich das hier. Angesichts ihrer Sensibilität für die Aliens, sollten sie es besser umgehen. Das ist so. Alles dreht sich in den Haar. Wenn sie frei ist, wachen sie alle auf. Wenn diese Mindcarrier Teil des Prozesses sind, muss ich sie mir ansehen. So, und was haben wir hier noch? Sie haben eine Menge Alien-Material in ihrer DNA. Aha, schwere Panzerung. Ich weiß nicht, ob das so ne gute Idee wäre. So, jetzt haben sie mich nicht gesehen. Jetzt beeilen wir uns mal. Machen so. Oh, gleich sehen sie mich. Oh, Mann. So. Okay. Scheiße. Okay, okay. Gut, gut, gut. So, so haben wir es gleich. Wow. Linkscham, ja, die Insel. Kenn ich, kenn ich. Ich komm ja schon. Scheiß, Seth. Scheiß. Scheiß, Seth. Nein! Oh, die nerven mich. Die nerven mich so, diese Scheiß-Fiechter. Okay, jetzt sind wir weg. Umsehen. Wo ist der andere? Der ist weg, oder? Puh. Das sieht gut aus. Komm, komm, komm. Mach irgendwas. Ja. Okay. Äh, hä. Oh, ich sehe nix. Hier ist so finster. Wo muss ich denn jetzt hin? In dieses Gebäude rein. Okay, wie komm ich da rein? Da hoch, hä? Na, erstmal voll. Oh, jetzt komm ich hier nicht hoch. Jetzt komm ich hier nicht hoch. Das ist schon wieder tierisch auf den Sack, ey. Okay. An dem Haus ist jemand. Nein, da hinten sind sie. Die suchen mich. Die suchen mich. Was hab ich denn jetzt gekonnt? Gar nix. Ah. Okay. Was mach ich denn? Ich weiß nicht, was ich machen soll hier. Psycho. Was ist das Brauer? Aber nur, wenn ich die Daten mitnehme. Na komm, lass mich doch die Daten sammeln. Mensch, was bist denn du heute aber auch für ein stürriges Spiel? Ah. Ah, Kontrollpunkt. Okay. Shit. Was war das denn? Oh, la la la. Ich würde sagen... Wieso? Okay. Was ist es denn überhaupt? Kann man nicht sehen. Im Sack gibt's ja nix weiter. Das ist gut. Wow! Wir sollten uns vielleicht hier zurückhalten. Wir sollten uns vielleicht hier zurückhalten. Der Krieg ist ausgebrochen. Okay. Die Gefahr ist relativ gering hier. Wir wenden im Moment überrascht. Falspräsentisten. Scheiße! Wir sind drauf! Okay. Im Moment sieht's gut aus. Okay. Wir versuchen das mal zu hacken hier. Komm. Und dann gucken wir uns mal an, was das ist. Ding, ding, ding. Das ist doch hoffentlich eine ordentliche Waffe hier. Jetzt hauschen wir uns mal gegen die Cradle. Ja. Oh, was ist das hier? Warte mal. Daten stehen dort. Nee. Okay. Profit! Immer noch keine Spur von Rush. Dafür haben wir Self-Aktivität im gesamten Dom. Sel wird ausgerüstet. Na, klasse! Und jetzt soll ich dorthin und, äh... Ich bin schon froh, wenn... Wenn ich von den Viechtern nicht erwischt werde hier. Könnt ihr mir... Könnt ihr mir versprechen, dass ich... Unbeschadet dahin komme? Oh, was ist denn das? Ah, da gibt's Daten. Ah, Pfeile! Machen wir jetzt schon. Sonst keine Feindaktivität, so wie ich sehe. Das ist gut. Sel. Na, komm her. Ah. Sehr schön. Bin ich... Oh, warum ist denn das so dunkel aber auch? Die ganze Zeit spielt hier nur im Dunkeln. Ist das Energie oder was ist das? Achtung! Lala. Ich wollte eigentlich nachladen. Brauche ich aber nicht, so wie es aussieht. Haha! Jetzt gibt's Pfeile, dachte ich. Ich kann nicht mal da hoch springen. Ey, was habt ihr denn mit der Steuerung gemacht? Was ist denn das nur? Das kann nicht wahr sein. Hau. So. Pfeile. Granaten. Grendel. Ach, ich will die nicht tauschen. Nein, 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 nein. Warum muss denn das alles immer so dunkel sein in diesen Spielen? Das würde mich mal interessieren. Wow! Nein! Was ist mit euch denn passiert, Jungs? Auch wenn ihr meinen... Ach, du Scheiße! Oh Gott. Jetzt muss ich wieder ganz schnell reagieren. Das merke ich doch jetzt schon. Lass mal abhauen. Ja, das ist mit der anderen Waffe, oder? Wow! Okay. Wenn es immer so einfach wäre. Ja, ist geil. Hallo? Lass mal alles abchecken hier. Hier ist nix. Doch, da. Und jetzt schon. Prophet, das Kommunikationsnetz ist bald wieder online, aber unsere Feldkommandeure melden von überall wieder belebtes Hefts. Der Dom ist noch intakt, aber im Inneren... Aber im Inneren, im Inneren. Was ist denn mit dem Dom? Menschliche aus. Ich muss rasch finden. Ich... Ich bin für sowas nicht ausgebildet. Ich bin auch von Netzen. Okay, alles klar. Prophet, Vorsicht! Sie nähern sich einem deaktivierten Pinger. Angesichts der Self-Aktivitäten könnte er reaktiviert werden. Sie sollten ihn umgehen. Vermutlich. Aber wenn er eine Energiequelle hat, kann ich sie vielleicht nutzen. Oh Gott, Scheiße. Gefahr ist erstmal keine da. Okay. So, jetzt gucken wir mal, ob wir da irgendwas hacken können. Ja! Können wir. Machen wir auch. Scheiße. Okay. Auf jeden Fall ist er erstmal kaputt. Gefahr ist eigentlich die normale Gefahr. Okay, alles klar. Da brauchen wir nix, wie es aussieht. Das heißt... Keine Gefahr. Das ist gut. Jetzt probieren wir es nochmal. Das ist ja echter Hammer, das Ding. Ist es vielleicht blockiert? Okay, hier. Alles klar. Dann. Zack. Das ist ja weg. Haha. Ach, Mist. Mist. So wird das nix. Wenn, dann müssen wir schon richtig hacken. So, okay. Probieren wir es nochmal. Aha. Ach, das dauerte zu lange, oder? Shit. Gut. Ach, Quatsch. Maximale Panzerung. Alles Käsequark. Das heißt, wir gucken uns nochmal um. Und dann müssen wir uns halt vorbeischleichen, habe ich das Gefühl. Hacken wäre schon besser, oder? Ne, wir müssen den hacken. Wir müssen den hacken. Da geht nix vorbei. Und zwar relativ zügig. Und weg hier. Einfach mal hier rüber. Haha, was haben wir denn hier Schönes? Ja, mein Baby. Kommt zu mir. Granaten. Sehr gut. Die Gefahr hält sich im Moment in Grenzen. Wir müssen da rüber. Okay, alles klar. Spannung. Oh, nein. Oh, nein. Okay, ich verstehe. Okay, Gefahr ist ziemlich hoch, aber es scheint zu funktionieren, dass wir hier vorbeikommen. Ja. Das mindestens zwischenzeitlich sieht es so aus, als wenn wir hier etwas Glück haben. Profit, ich bin jetzt über dem Skin-Labor. Der Zugang ist unter Turm 1, bravo. Wir treffen uns dort. Ach, wo geht denn das hier lang? Ich kann die Anzugmulde von hier bedienen. Ich komm klar. Profit macht mir mehr Sorgen. Wieso mache ich dir denn Sorgen, Junge? Ich bin doch gut bedient hier. Mir geht es doch super geil. Ich muss bloß wissen, wie ich da hinkomme am besten. Das ist wahrscheinlich hier lang, gell? Ja. Guck. Sekundär. Safe-Peeper ausschalten. Na, ist egal. Brauchen wir nicht. Die Gefahr ist jedenfalls gebannt. Und. Wir sind ziemlich gut vorangekommen. Würde ich mal sagen. Oh, was ist denn das? Granaten habe ich noch alle. Was ist das hier? Standard-Munition. Ich habe ja keine verbraucht. Okay. Noch 124 Meter. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschüss. Glück, hatte Glück. Huah.